3 2 Audio Jump 1 Let's fucking Halloween Hey und herzlich willkommen zur dritten Runde von Shandsharan Heute direkt neu im App der Cookie wieder am Start Ja hallo Cookie Vor uns wird geschossen Cookie Besten oder? Ja Nice Alex Aber das habe ich für ein Visier Schaut aus wie ich weiß noch wie es Da ist bald Kriegstimmer Bist du hinter mir? Nein Da kann ich noch reingehen oder? Ja das ist ganz schlecht Und den ersten haben wir schon Was machst du da? Gegner umbringen Gegner? Spüller? Ja das ist das Ripp Hinter mir Alter Puck ich bin Ripp Wo bist du? Alter Ich bin oben drinnen Ich bin doch wo? Hast du ob da jetzt einer gewesen wäre? Der hat mich schon gesehen Ja jetzt bringt er mich mit der Macheten an Guck ich? Hallo Boah du bist geil Das ist doch nur ein Auge Das wird ein wenig schwer mit den Schiessen Ja 2D reicht für mich Vor allem was das falsche Auge sagst Wie wir siehst du an? Warum das falsche? Bei dir ist das Rechte Und du hast Rechte Wenn du die Waffen in der rechten Hand haltest Wie siehst du das Rechte Auge? Digga Alter du bist aber auch ein Mitdenker Ah das machen wir schon Du hast aber einen sexy Zylinder auf Das kann man sagen Guck ich siehst du schon mal was ich mit mir habe Nein das meine ich nicht Nein das meine ich auch Das meine ich auch nicht Das meine ich auch nicht Test Anders machen wir es gar nicht Jetzt wird er mal grüßen Guck ich Er ist ja Kann man durchgehen Lustig Guck ich wir müssen schießen Ah es war kein Erschock Ah es war kein Erschock Dreck ist weg Guck ich das soll gesagt zugeschienen Ich habe es gewusst Warte da sind Hunde gradast Falsch ne Ja Ich habe es einfach Ich habe es gewusst Ja Ja Das waren 400 oder was? Ja Alter Schwede 400 ist dann tot wenn sie es erlauben Gessen nichts triffst Das ist ein big daddy Der Brunnen eigentlich Das ist ein Wupp Ich habe Ruhe Das war jetzt Neu Ich habe schon das ist ein seeteufel überall da 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 ja kann man durchschleichen die grafik na das geht wohl nicht wie schnell dabei ist dann müssen wir die punkten kann dass die spie noch nicht hin ist nach der ganzen ecke das ist ein hunde besagt draußen einer noch heute oder noch mehr mach zu die scheiße noch einer neben mir oh ich komme nicht mehr wir kommen zwar ja ja ich bin da eine gegangen alex ich bin da draußen ich brauche nur um hier einmal ah nein ich kann nachlaufen ich habe jetzt viel leben verloren weil ich blut und kann du hast das loch geil hilft dir nichts die spiel muss schon ziemlich groß sein jetzt ist die gegner sind da aussetzt na da wäre gesund halt spiel wenn da müssen wir jetzt rushen leider die gegner wissen dass sie da aussetzt na na aber geh laut als wir können wir jetzt schon wieder sein bei bei dem den 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 Was ist das denn? Schüsse? Das ist jedenfalls, wenn wir... Ah fuck, wir haben Falle, oder? Scheiße, wer schießt mit da an? Ober uns! Schusse leer! Ich habe uns 3 Hits gegeben Ich habe eine Feuerbombe aufgeschaut, ich hoffe, du wirst dich nicht Nein, ich bin nicht draußen Der hat nicht ganz funktioniert, so wie ich es will Bitte Geht's von der anderen Seite auf, oder? Gucki, da oben kann man schießen, schau da ist einer Es sind zwei Wo, wo, wo? Da oben, ab auf Oberhalb Die sind gerade hintergelaufen Gucki, ich hau jetzt hier eine Bombe auf, ok? Ja Ja Da ist eine Bombe hier Ich habe einen Arm Also, der hat mich... Mann, scheiße Ding hat der Ich bin bumm Ja, warte Er hat eine Handkern, also er hat eine Shotgun Hallo, Motherfucker What the fuck, Alter, ich kann... Er hat mich abknallt Hey, du bist schon weg Ich wollte dir gerade erst mal super Waffen erklären, dass ich die teuerste gewonnen habe Dass ich lange Scope habe und solche Sachen Aber na? Da ist der Spüler genau vor mir Wo, wo, wo? Ich sehe mich nicht Hey, warum schießt du mich an, Alter? What? Warum bist du in blau eingeladen? Was? Aber mit Probe spielen, Alter Aber mit Probe spielen, Alter Nein, für eine Axt Headshot, one shot Geil, ja, schön Ich bin nicht tot Wir haben es abgefunden Bis bei uns Ja, mit... Hast du wieder das Ding mitgenommen, Axt? Ja, siehe Zoom mal gleich, oder wie machen wir das jetzt? Ja, siehe Ich geh auf die Spinne Soll ich gleich jetzt die Eingänge versperren? Siehe Ja, ja, mach, 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 mach Ich sehe die Spinne Hey, Alter, wie schnell ist denn der? Da müsste irgendwo ein Eingang sein Da Eingang Wow, Verbrenner, Alter Warum? Weiß ich nicht, Alter Da ist jetzt eine Farbe und Brand Ey, sehe ich gar nichts, Alter Ich bin... Ich muss meine Helligkeit schauen, Alter Ich bin ein Heller-Stein, Alter Ich bin jetzt genauer hinter dir, Alter Ich bin jetzt genauer hinter dir, Alter Oh, ja Hast du alle Eingänge schon? Ja, aber unsere noch nicht, der da Ich habe noch zwei gehabt, Alter Ah ja, ich hab noch eins. Achtung, Spinnen. Es gibt noch mehr Eingänge. Na, jetzt hat sie mich scheiß viel... Es gibt noch einer, es gibt mindestens drei Eingänge noch. Was, drei?! Einer davon ist aber zu. Ich mach den da hinter uns, okay? Pucki, da ist nämlich noch einer, oder? Vielleicht findet's noch eine Ferne da. Und... Wo ist da einer? Ah, da ist noch einer. Cash? Oh, ich mach den, ich kriegt! Wo ist sie? Oben. Aua, ich bin halt Lebenskorgen verloren. Sorry, das machst du. Ist alles Gift bei mir? Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Ah, sie ist auch nicht drauf! Ja, okay. Interessant. Ah, sie rennt auch durch die Fallen. Mhm. Guck, es brennt bei unserer Bude. Bei der Tür. Ah ja. Du hast die netten Wolken kippen. Nein. Guck, es brennt bei unserer Bude. Ich weiß ja. Das war ein Fixspiel, oder? Ja. Schießt du? Nein, du? Nein, Spieler. Ja. Guck mal. Guck mal. Mit mir. Ich schießt hier. Ich schießt ihn draußen. Viel zu viel. Der ist neben mir, ich sag's dir. Alex, wo bist du, oder? Ich bin in der Ecken, Alter. Der ist aber neben mir. Hundertprozentig. Aber draußen. Bei deiner Fahle, Cookie, ist der Alex. Ey! Ich hab Angst, es ist weg! Spülerin, Spülerin! Oida! Ich bin hin. Ist am Boden? Ja, ich bin gerade am überlegen, was ich tun soll. Genau bei mir einer und die Spinne hat mich gerade draufgehauen in dem Moment. Andere hin. Da, ich hab schon mal das falsche Gewehr für die Situation. Ja. So lieber Feuer, warum wir um mich wichsen? Die Spinne ist fast hin. Also die Spinne hat ein Leben. Die rennt nicht gleich nach vorne, ey. Die rennt nicht gleich nach vorne, ey. Ja, wie ich wissen. Die Spinne ist aber. Die Spinne. Jaja, Spaß, Spaß, Spaß! Perfekt, perfekt, perfekt! Geh drauf, geh drauf, geh drauf! Ja, gar nicht über Dinger, da siehst du ja nichts. Ich halt nicht. Ey, warum schierst du über den Zoom, Alter? Weiß ich nicht, Alter. Du machst mich fertig. Ey, ich bin zwar mal drauf! Bye, bye!